Yo, guten Morgen Kumpels, ich bin hier im wunderschönen Essen, hinter mir ist Don't Panic und wir drehen hier heute das Video für volle Bulle. Ich trinke auch schon, man muss authentisch rüberkommen. Ich habe auch hier illustre Gäste, wir können mal reingehen und dann zeige ich euch mal, wie das so von innen aussieht. Das sind auch noch ein paar Kumpels von mir, dass sie kamen, dass die Chefin hier. Der Mischeljäger mit Wein, ist zwar ekliger Scheiß, doch ich quäl es mir rein. Volle Bulle, an der Theke, wie eins auf dem Pegel, er reicht, dicker Thema verpeilt. Damit wir natürlich auch hier bezahlen können, habe ich noch ein bisschen schwarze Patte mitgenommen. Also wenn ihr im Don't Panic seid, könnt ihr auch mit der schwarzen Patte bezahlen. Das ist hier angesehenes Zahlungsmittel. Die wissen das nur nicht. Machst du making up oder was? Machst du making up. Machst Chips essen dabei. Da sind die Nachzügler. Wie immer, 2.7ers. Schnießen es gerade im Urlaub. Genießt sein Leben. Die sind gar nicht glücklich. Ja, ist so, Alter, guck mal. Wir haben auf euch gewartet. Ja, natürlich. Nicht von ihr Pferde erzählen. Wir haben auf die gewartet einfach. Weil 4 Leute zu wenig da waren. Genau 4. Mal gucken, was Lena jetzt anzieht. Er hat ein paar Outfits mitgenommen. Spielt die Bardame. Juni, Mann! Ja, sauber. Hallo, ich bin Lena Vitro. Und ich darf heute die Barfrau beim Feddersdreh spielen. Wir sind hier in Essen. Das macht riesen Spaß. Ich will das Ding gar nicht aufsetzen. Wir müssen das jetzt ein bisschen ausgleichen. Weil der hat leider ein bisschen zu großen Helmen gekauft. Und der rutscht die ganze Zeit nach vorne. Wegen des Gewichts vorne. Deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen befestigen hier. Mit Gaffa. Mit Gaffa ist der Kino. Jihau! Ja, ja. Jesse, komm, komm rein. Der Chef. Komm, wer bist du? Wo bist du? Was machst du denn? Ja, ich mach hier Video-Dreh von Feddersmit. Ich wurde wieder gebucht. Als GC. Hab gleich meinen ersten Auftritt. Der German Clown. Der German Clown. Der German Clown. Der Traum für jede deutsche Frau. Der Superman. Der German Cowboy. Der German Clown. Respekt. Oder Südstaaten Respekt. Ja. Aber gleich Video-Dreh mit Fedders. Ab geht's. Krasser Mann, sag mal an. Opfer. Wasserstallflasch. Bin für die Schwanz wie ein Porno. Mach mich an. Ich mach dich lang, bin ich der Papst. Doch wenn du zu mir kommst, zeig ich dir Vatikan. Wir wollen gleich anfangen. Das Wichtigste, was mir persönlich wichtig ist, das hier bitte nicht in Richtung der Kamera zu gucken. Weil das sieht behindert aus. Direkt an die Ticke und hinz die Hand. Locker. Komm mal klar, jetzt du kacktratze. Nicht zu betteln ist so einfach wie am Sack kratzen. Würde dich abschlachten. Kinte früher jeden. Keine Prüfung für den langen. Trotzdem ist er überlegen. Ich schreib da kurz auf den Scheißhaus. Der war nicht gut. Bin auf Baustellen, Beschäftigtes. Wär Pause als mir rechtes. Mach ich auf so schnelle Deadlift. Deine Braut ist viel zu hässlich. Nur mein volles Glas Benzin. Ist zwar kein Ausweg, aber Exit. Lass die Kinkerlitzchen, Jung. Mit Behinderung kommt das immer ein bisschen dumm. Der Wolli hat mir einen Euro gegeben, aber nur einen. Voll der Wolli. Wie Mama und Papa früher. Auf vor die Uhren. So startet. Jo. Das ist meine Taktik. Ich lass den Ball erst da oben einfach. Gibt dann der Punkt. Weißt du? Einfach nicht flasen. Direkt durch. Einmal. Gar nicht getroffen. Lass bei Mike. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal gucken, wie das Ergebnis wird. Ich weiß noch nicht. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Das ist echt mega anstrengend. Ich bin auch echt angetrunken. Ich bin gespannt, wie hoch die Rechnung hier ausfahren wird für die ganzen Leute. Ich hab gesagt. Ich lade die alle ein. Ich weiß noch nicht, wie das Video wird. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Die Statisten sind nicht professionell. Das muss ich mal festhalten. Wenn das Video nicht gut wird, ist das wegen denen. So seht es, Alter. Der Wetter tapft. Ich muss mich erst mal frisch machen jetzt. Geht gar nicht. Guck mal meine Haare, Alter. Ich sehe aus wie Clark Kent. Guck mal hier. Irgendwo heilen die Haare an. Entschuldigung. Die sind cool, Alter. Du duchst jetzt ja, oder? Wir sind hier gerade beim Peters Videodreh. Der ist schon fast zu Ende, glaube ich. Und... Ja... ... ... ... ...